So zumindest zitieren Menschen diese Bibelstelle, die sie absichtlich falsch zitieren, um zu behaupten, dass das bedeutet, dass Gott Christen dazu aufrufe, Ungläubige zu töten. Doch wie immer ist hier gefordert, den Kontext sich anzusehen, sich das gesamte Kapitel anzusehen, damit man sehen kann, was hier wirklich ausgesagt wird. In 2. Chronik 15, 1-15 wird ausführlich beschrieben, wie Asa, der König von Judah, und das Volk von Judah und Benjamin vom Gott Israels abgewichen waren, sich nun aber in Zeiten großer Not wieder dem Herrn zuwanden. Weiter heißt es, dass sie in ihrer Reue einen Bund zwischen sich und Gott geschlossen hätten. Sucht den Herrn, den Gott ihrer Väter, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele. Und wer den Herrn, den Gott Israels, nicht sucht, der soll getötet werden. Das bedeutet, es wird hier keineswegs gesagt, dass alle Menschen, die nicht an Gott glauben, getötet werden sollten, sondern Einzelpersonen, dieser einzelne Stamm hat sich in einem freiwilligen Bundeseid zu Gott verpflichtet, Gott zu suchen und ihm zu folgen, nicht mehr von ihm abzuirren. Und wenn sie diesen Bund nicht einhalten, wenn sie diesen Schwur brechen, dann werden sie selbst es tun. Wenn sie diesen Bund brechen, dann werden sie dafür sorgen, dass sie sterben. In Vers 10 heißt es, sie versammelten sich im dritten Monat des 15. Regierungsjahres Asas in Jerusalem. An jenem Tag opferten sie dem Herrn die Beute, die sie mitgebracht haben, 700 Ochsen und 7000 Schafe. Und sie schlossen einen Bund, um den Herrn, den Gott ihrer Väter, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele zu suchen. Was wird hier also ausgesagt? Dieser Stamm, dieser Stamm, von dem hier quasi geredet wird, ganz Judah und Benjamin, diejenigen aus Ephraim, Manasse und Simeon, diese versammelten sich und schworen dem Gott Israels einen Bund. Und das war ein Bund, den sie sich selbst geschworen haben. Das bedeutet, eine gewisse Gruppe, ein gewisser Stamm versammelt sich, weil sie treu zu Gott sein wollen. Und sie sagen sinngemäß, ja wenn wir das nicht tun und wenn wir nicht mehr auf Gott hören, dann werden wir dafür sorgen, dass wir sterben. Das bedeutet, dass diese Menschen alle, auch die potenziell Gefährdeten in Anführungszeichen, sich versammelten und sich auf diesen Bund einließen, sich auf diesen Eid einließen. Das bedeutet, dass hier nicht ausgesagt wird von Gott, naja tötet alle Ungläubigen. Und es wird auch nicht von einer Einzelperson, einem Propheten Gottes gefordert, dass alle Ungläubigen abgeschlachtet werden sollten. Sondern eine Gruppe leistet hier einen Eid. Sie versammeln sich und leisten Gott einen freiwilligen Bundeseid, indem sie sich dazu verpflichten, lebenslang Gott zu dienen. Und sie setzen auch selbst den Preis für sich selbst fest. Und diesen Eid haben alle bewilligt und beglaubigt. Das bedeutet, diese Menschen haben sich freiwillig ein Bundesgesetz mit Gott geschaffen und haben Gott einen freiwilligen Eid geleistet. Das ist etwas völlig anderes, als zu sagen, dass hier zu einem Genozid aufgerufen wird oder dass eine Einzelperson gewisse Gruppen zum Genozid freigibt. Nein, nochmals, wenn man das gesamte Kapitel liest und wenn man nicht alles aus dem Kontext reißt, dann stellt man fest, dass eine Gruppe, die zuvor von Gott abgeirrt war, dies nun so sehr bereut, dass sie einen festen Bund besiegeln wollen. Und um vor Gott als glaubwürdig dazustehen und um auch selbst sich wirklich dazu zu verpflichten und zu sagen, dass sie es ernst meinen, sodass jeder Mensch genau weiß, dass dies hier eine ernste Angelegenheit und kein Spaß ist, verpflichten sie sich dazu, sich selbst das Gesetz des Todes aufzubürden. Das bedeutet, hierbei geht es nicht um einen Aufruf Gottes, Ungläubige zu töten und hierbei geht es auch nicht darum, dass die Bibel oder irgendein Prophet dies fordert. Es geht hier um einen freiwillig geleisteten Eid einer gewissen Gruppe, die für Christen heutzutage noch nicht einmal mehr repräsentativ ist.